hallo und herzlich willkommen von fortnite belga ich hab video und ja wir gucken mal rein was heute neues gibt's los geht es vorab auch mal erwähnt die upper galachen gibt es jetzt hier zu kaufen also ja den upper bagge passt taugen wie was kostet der taugen da ist noch lieber oder ne ne taugen wie was kostet genau taugen lieber und ja müsst ihr wissen ob ich das holt oder nicht aber wir gucken mal ob es los geht ja okay ich hab gar nicht mal unten okay einfach mal unten dann gehen wir von unten nach oben ist egal so haben wir mal mit dieses paket an das kostet 10 euro habe ich ja gestern erwähnt gehabt nur gestern konnte ich noch kein kein bilder zu kein jetzt aussieht so das paket da halten wir gegen netten charakter hier ok kann damit arbeiten gehen die man auch leo oder janka von ihm immer noch aufgaben dazu und wir erhalten das alkohol das renn alkohol das können wir in rocket league verwenden und das können wir natürlich auch in den rennmogos hier verwenden hier im fortnite und natürlich in die normalen belgoyalmogos können wir mal verwenden und wir haben ein paar kinder lakivungen dabei ist okay kann damit arbeiten kann natürlich die farben noch ändern und alles kraft bahn gekostet zehn euro und vor zehn euro ist ok wo die ich mal gar nicht arbeiten liebe freunde so kennen wir euch mal am biker geht ja mal natürlich hier biergack verkaufen wie was kann man hier gegen abgaben 8 kaufen wer bock auf hat weil ich das holen so weiter geht die befolge er vergessen von gar besorgen würde ja dann kann man mal hier an wo ich mal an gibt bis kacke waren nicht schelten wir haben aber auch nicht schelten da gehen da gegangen wir wissen dass wir gar nicht weil wir alles ohnehin langer hier ist bei der brecke nehmen wir nicht schelten weil diese mit und nach nein die vielleicht gegen die vielleicht erst mal denken oder nicht nein war nicht und die vielleicht nicht der versuch war die selten oder war die nicht denken über ein bisschen 65 tage vor 45 tage war genau der hund ist mal wieder da wuff wuff es ist koch der kino das ist doch der hund von montana back ber ber bacbach erst gar war cool oder die karte vorkar taką bei b как habe ich mia digital drauf also ich will zehn métier haben wir noch nicht die damen wieder hier bekommen und ich mag gar nicht hab ein bisschen heiß war aber juckt nicht ich schien es kostet im bruch des hopped juckt ist nicht auch wenn ich manchmal heiß war der becken oder nehmen so genau magina die da wieder nach ein und gleich tag zurück und die brüste kacke auch ein und gleich kage ist das her weiter geht ein bisschen länger gehen habe ich das gefühl alles gelbe möglich durch kurakern aber das geht halt nicht ich will halt nicht so wie ich das will wenn es alles so gehen boh wie ich es haben will denn boh alles wunderbar aber ich glaube 100 jahre weil ich hab ich wett gehalten wo ich immer nach schaue das nicht gott hier kacke wo ich 100 jahre wie ich da unten gache gefunden habe ja die bis kacke war selten cooles pro 500 52 tage im job so weiter geht mit die nächste bis kacke und ich rufe wieder zehn jahre weil die gescheit verdammt bewerbte das nicht gottieren kann und alles rücheln an der bohbe ich da 110 jahre rufe jahre rufe ich war cooles pro oh mein gott oh mein gott die war cooles vor 975 tage im job jetzt ist die wieder da alter oh mein gott und die necke gar mal war die auch selten oder nicht jetzt kommt das oder die war auch selten cooles pro 500 kage ohja jetzt kommen die seltenen dinge wieder oh mein gott leute es geht kommen wieder los mit die seltenen dinge ich glaube ich glaube ich glaube ich bin gleich im kofil oh mein gott und 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 die war nicht selten und die andere wir konnten natürlich wieder nach ja lieber gelten cooles vor 199 tage im job jetzt ist die wieder da und er war selten und er war selten oder war nicht selten wie gut nach wie gut nach und 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 er war cooles vor 450 tage im job ja er war selten jetzt ist er wieder da weiter geht jetzt nicht gebisskack nix gebisskack nix gebisskack nix gebisskack nix gebisskack denn weil ich immer ab wie selten war ja gebisskack war selten die war cooles vor 471 tage im job jetzt ist die wieder kurz hat weil ich mich immer janken und joo biker gehst mit gegen schön die mochia ja gerber nicht selten gerber nicht selten wo weiter gehst mit gegen schrück nachfah war gelten oder war es nicht selten hier und natürlich nach liebe freunde bach waren selten und ja heute probieren im job ich glaube mal wir können nicht auf alles eingehen deshalb tut mir leid Leute aber das gerät ist ja auch im job habe ich euch ja von gedankt aber wir können jetzt hier nicht auf alles eingehen das guckt mir leid aber dann geht das video bis zehn jahre lang das selten ist ja auch im job habe ich euch ja gedankt und das war natürlich wie gesagt liebe freunde bach waren selten im job holke ich wollte euch noch mal mitteilen das war natürlich wie meine oma immer sagte weil er wieder krank war es natürlich ja ich habe euch das genannt was das selten job heute war ihr wisst bis heute und ja liebe freunde ich vorgabe bis zum nächsten shop video bis dahin tschau tschau lasst ein abo gar und dann wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen tag und wenn ihr nicht was drauf gebt dann guckt ein und ich muss unbedingt jetzt auch mal meine halspast tabette nehmen oder ich nehme die grone mal gucken mal ich nehme auch einfach was richtig schön in den hals bringt und ja ich habe nämlich halspasten aber keine sorge shop video von wikern kommen und meine leistungen wollen natürlich hier auch bei kein kommen nicht vergessen lassen aber gar leistin die kommen konkurten kann jetzt nur noch auf wisk auf wisk zeige ich genauso wie ich hier auf youtube und auf kiktok zeige folgt mir auf wisk so gehen wir euch aber jetzt wollte ich sagen ciao ciao bis zum nächsten mal